jetzt geht's ganz heiß her leute world of final fantasy weiter geht's hier in dieser salva kommt ifrit jetzt als gegner wobei nee wäre schwachsinnig man muss irgendwas anders kommen feuerviech feuerviech überlegen feuerviech ein riesenbomber nee das wäre schwachsinnig echt jetzt echt jetzt also ich muss ganz zugeben dass mir eine riesenbomber war ein witz ich hätte nicht gedacht dass das sowas unkreatives kommt aber hey was soll's man kann ja nicht immer alles haben naja da fängt man ein denn löse rufe ich jetzt auch mal wieder aber den sprühe ich jetzt wieder vor denn sein gelaber braucht keine sorge das also noch seinen angriff machen mehr nicht ich hätte gerne mal tippe vielleicht so das war eigentlich sogar ziemlich effektiv hätte ich jetzt nicht gedacht okay ach wie leben hat er auch nicht mehr die hälfte haben wir ihn ja schon abgezogen jetzt ist er größer geworden jetzt beginnt er mit feuer da muss ich jetzt aufpassen okay jetzt wird er höchstwahrscheinlich folge einsetzen das problem ist er wird es nicht überleben okay jetzt hat er normaler attackiert damit habe ich nämlich jetzt nicht gerechnet folge folge aqua echt jetzt sehr okay das ist das erste mal dass wir game over gegangen sind das hatten wir jetzt auch noch nicht hä warte mal das war doch kein abgeschlossener bereich war das ein abgeschlossener bereich jetzt mal ohne spaß ich habe nirgends diese dinge gesehen das war doch kein abgeschlossener bereich habe ich irgendwas verpeilt hat die hat da mal irgendwas vorgesagt dass das irgendwie die höhle so ein abgeschlossener bereich wäre ich denke nicht ähm aber weißt du was dafür machen wir es jetzt anders ähm ja genau erstmal hier gucken der hat nix dann mal gucken ob der aqua hat magensäure tepik plus der hat noch nicht mal was besseres als aqua der hat arrow ach passt mir grad alles wieder gar nicht passt mir grad alles wieder gar nicht ähm wie sieht es bei dem aus alles ziemlich kack was kann ich bei ihnen eigentlich noch erlernen was kann ich bei ihnen eigentlich noch erlernen balance ist scheiße weißwert ist dumm bringen wir alles nichts george kann achten für ihn nur 2 fp snow machen wir genau weiter wie machen wir das am besten ich hab ich das ist gleich bis es ist diesmal mit absicht mal dass ich jetzt das euch überhaupt gezeigt habe ähm weil ich noch nie game over gegangen bin bis jetzt deswegen habe ich es jetzt ausnahmsweise nicht weggeschnitten in zukunft werde ich es natürlich wieder rausschneiden ähm irre viel sieht weiter so aus als ob sowieso nur einer überlegen kann jetzt mal was anderes gegenstände fischsuppe ach genau das sieht doch das sieht doch ganz gut aus ich schätze das jetzt auch ein weil ich werde es eh nachher wieder nicht mehr brauchen deswegen mache ich das jetzt einfach der ist ja jetzt ganz schön groß schon geworden aber der macht ja noch nicht folger sondern er macht noch feurer glaube ich gell habe ich jetzt die fischsuppe verpasst ja du wirst einen gegen mittleren wasser schaden ok ouch ok so gleich haben wir volles leben ich weiß nämlich schon was ich jetzt mache nämlich den erlöser mach mal kriege des lichts hau ihn jetzt die fresse voll dann darf er schon ruhig explodieren dass ich das nicht einfach komplett überspringen kann ich hoffe das reicht jetzt aus ja beide haben es überlebt perfekt also 10.000 oder sogar mehr ich will 12.000 oh 13.000 erinnerung königsbomber passt das ist das ist das ist das ist ich das ist das ist das ist das ist warum Oh! Was a honking honk! No! Anything but another fly! Mayday! Mayday! Go! Okay, ein Frosch und sein Pudding, da bin ich jetzt mal gespannt. We're gonna need the therapy after this. Please, no more Cosmic flushing. Where are we now? I don't think we're in Nibelheim anymore. Not by a long shot. For starters, why don't we take a look around? Mom-Bombs, that is one deep swamp. Maybe we shouldn't go this way after all. Okay. So viel dazu. Ach, gleich wieder ne Cut-Szene. What's with this Toad? Is it a Mirage? Because it doesn't act like one. Ribbit. Ribbit? Ribbity-ribbit? The rib? Ribbit? Ribbit. Ribb-ribb-ribbit. Ribby! The bib. What? You speak Toad-Ease? Of the course I do. Listen, you can tell from his accent that he's been the toad cursed. He's a guy? They have accents? Obviously. Ribbit? Ribbity-the-ribbity-tip? The bibbit? Ribbit. 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 What do you say? From what I gather, it sounds to like that golden toad over there is the bibbit that put the curse on him. Oh. So all we have to do is defeat it. That's the correct. First off, you need to the imprisonment the same as always. Okay. We got this. Careful, you don't get Toad cursed. Huh? You mean you're not coming? Well, it's game over if we both go full toad, right? Uh, right. Right. Okay. I should do my ass hiding. Quack? Oh, you can fuck it again then. Eh, Ribbit, Ribbit. Woah, is it just me or does he look miffed? No. Lan, where did you learn to talk like that? You need to go to wash your mouth out with a bar of soap. Oh, what? Dude, what did I say? Gell? Click ich jetzt auch nicht. Resistent. Okay. Auch resistent. Bleibt eigentlich nur noch Arrow. Warte mal, hab ich Blitz vorher nicht angesetzt? Ah, okay, ich kann ihn schon fangen. Okay, geschafft. War jetzt gar nicht so schwer. Null EP. Seriously? Oh, ich lasse den Namen. Das ist nur, indem ich erforsche. Nein, ich will ihn nicht mitnehmen. Kann sich verpissen. Okay. Oh, ha. Look who's back, baby. I guess you are. You guys seriously just saved my life. Oh, der Name ist Snow. Ich kam zu butt-kicken, die große Jiggle lurken in diesem Swamp. Und dann, mit der Weg, ich sah dieses wunderbare Goldene Toad und dachte, Mann, du hast nicht so viele von diesen, aber wer wusste, die Dinge sind contagious. Also, dann, Toad me war, was all like, was ich sogar noch tun? Kann ich wirklich essen fliege oder leben auf Lillipads? Drei Fragen. Aber dann, du alle kamst und schiefst meine Warts. Wooo, ihr seid das beste. For real, bro. Dude, I have no idea what's wrong with you, but as long as you're happy. Didn't Mann just find someone he can talk the dome to? Never the thought I'd see the day. So, what's your deal? Where are you from? You say you got swept here all the way from Nibelheim? Wow. Here I thought I had it pretty rough. I mean, Nibelheim, isn't that one continent up? How are you guys even alive? I know, it's so crazy. I guess we're getting kind of pro at it? I don't want to be a pro at it. Anyway, it seems we're the stuck here. All the goop around here makes it the hard to look for a way out. Oh, yeah. Well, you got that right. One false step and your history. Okay, then how did you get out here, Snow? Well, just like this. Whoa, cool idea. Wait a minute. Are you a summoner? Wish I could say I was, but no. Sadly, summoner is way too fancy a word for what I am. Huh? But that's not important. So, what's the game plan? I don't mind showing you the way out if that's what you want. How about you? Are you still gonna butt kick, the big jiggle, or whatever it was? You know it. It shouldn't be too far from where we are now. So, it's like a mirage? Yep. Me and jiggles have got some history. I got you. Then maybe we can help you out. Uh, really? We're sort of on a journey to round-up mirages anyway. So, basically, the more you butt kick, the more we profit. Ah, I got you now. Well, let's team up then. That stupid big jiggle will never know what hit it. Okay. Snow auch noch? What the fuck? Wenn's so weitergeht, und mein... Ah, irgendwie, es kommen alle meine Lieblings Final Fantasy Charakter vor. Da weiß ich auch nicht. Okay. Solange Zack nicht vorkommt, bin ich auch glücklich. Hm. Ich mag Zack nicht. Ich weiß, die Weiber lieben ihn. Aber ich mag ihn nicht. Er ist... Er war so ein mysteriöser, geiler Charakter. Und dann hat Square Enix ihn... Morbull? Fuck. Oh, jetzt muss ich echt aufpassen. Bleib einfach drin. Danke. Nein. Boah. Duse. Ich sollte eigentlich einen Morbull angreifen. Aber egal. Der haltet echt einiges aus. Wie viel Leben hat denn das Vieh? Ah, mindestens ist es kurz davor, da unten zu gehen. Ach, daran hätte ich auch denken können, oder? Das Feuer ist Schwachpunkt jetzt von der Pflanze. Na, egal. Well, das sollte es tun. Oh, genau! Auf jeden Fall haben wir jetzt Snow auch noch. Wird immer besser, wird immer besser. Also ich freu mich schon richtig. Dann hatte ich... Ach, das wird zu Morbull. Dieses hässige Viech. Morbull. Ohne Witz, daran hätte ich gar nicht gedacht. Morbull. Hm. Ja, ja. Kommt jetzt wieder Morbull? Oh. Toll. Gerade den will ich eigentlich nicht. Weil den habe ich ja schon. Ich wollte den Frosch. Okay, dann machen wir es jetzt erstmal anders. Kill erstmal den Frosch. So, und jetzt versuche ich ihn reinzufangen. Jetzt ist er nämlich auf Flächer gewesen. So. Killen. Ich hätte gerne den Frosch gefangen. Den Pudding habe ich doch eigentlich schon. Predictable. Predictable. Blah, blah, blah. Eigentlich wollte ich ja in diesem Parting machen. Before Mode. Aber das klappt nicht. Lass ich auch Pudding. Aber den habe ich ja eigentlich schon. Aber ist immer gut, so wenn man alles fangt halt. Hauptsache ich habe was. Bin gerade mal überlegen. Da hinten geht's. Kommt da gleich der Pudding? Wahrscheinlich, wenn hier der Speicher ist. Hm. Es wirkt zumindestens, dass hier jetzt gleich der Boss weit kommt. Mal schauen. Heute wirst du dir wünschen, dass du nie angefangen hast. Es ist groß. Snow? Welche Part dieser Sache ist der Pudding? Oh, es ist alles Pudding. Okay. So majestic and jiggly. You do realize we're not fighting mountain. My eyes. It's so the shiny. Okay. 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 Okay, Blitz ist am effektivsten gegen das Fisch. Wie, wie ist Feuer? Oh, auch gut. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und dann gleich so effektiv. Der ist ja gleich beim Verrecken. Gott, ist der schwach. Der ist ja gleich beim Verrecken. Ich glaube, wir haben ihn verletzt, aber ja, ich fühle mich nicht, dass wir ihn wirklich verletzten. Ich weiß. Es ist wie, wir sind gleich zurück in Square One. Except, nichts über das Ding war square. Ich glaube, wir haben einfach nicht so schwer gemacht. Snow, was genau hast du gegen ihn wieder? If I don't keep it in line, it just grows and grows. Das Schwamm nach vorne sollte jetzt schön und kalt sein. Ich denke, du bist gut, um zu gehen. Okay, vielleicht noch mal wieder zu sehen. Du weißt, sogar für einen Mann, der sich um Eis-Magik schlägt, war er überraschendlich chill. Ja, ich sage das. Also, bist du bereit, um dieses Platz zu lieben? Ich hoffe, dass das Rest einfach einfach geht. Das ist ja mal geil. Ich werde gleich Snow in mein Team holen. Denn Snow ist cool. So, aber ich würde jetzt mal sagen, Leute, das war's für den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zum nächsten Gebiet geht's dann auch gleich. Tschüss, Leute!